Eigentlich war Franz immer unser Lieblingsopfer für diverse Sticheleien und Bösartigkeiten gewesen. Doch das hat sich schlagartig geändert. Alle verspürten auf einmal den unkontrollierbaren Drang, sie zu lieben und zu ehren. Was war passiert? Sie hatte ihn getroffen. Den Erfinder des Raps, den Guru der Bronx, den Master der Turntables. Grandmaster Flash. Jetzt für euch in der Rubrik Dream. Mein Geld ist auf Hollywood Flash, denn er hat Style. Du denkst, er hat Style? Du sagst, er hat Grace. Aber du wirst keine Klasse. Wenn es dir in der Kopf fällt. Diese Hände können zaubern. Vor 30 Jahren bastelte Grandmaster Flash sein eigenes Mischpult und schmiss die ersten Blockpartys in der Bronx. Joseph Zedler, alias Grandmaster Flash, war 1975 einer der drei Erfinder des Rap, zusammen mit dem ersten MC von New York, dem Jamaikaner Cool Herc und dem Begründer der Hip-Hop-Kultur Afrika Bambata. Ich bekam von meinem Vater immer mächtig eins drauf, wenn ich an seine Platten ging. Aber ich tat es immer wieder, so wie er aus dem Haus war. Durch die Prügel habe ich gelernt, Schallplatten zu respektieren. 46 Jahre hat er auf dem Buckel, 30 davon im Dienste des Vinyls. Auf der letzten Me-Dem, die Messe der Musikindustrie in Cannes, stellte Grandmaster Flash sein neues Label Adrenalin vor, mit dem er junge Talente fördern will. In der Rap-Szene ist er eine lebende Legende. Cut-Killer, Pionier des französischen Hip-Hops, sah den großen Meister erstmals in dem Kultfilm Wild Style von 1982 am Werk. Du bist so, Pionier für Pionier kostet mehr als Gold. Er ist der Boss, keine Frage. Er hat eine Wahnsinns-Technik drauf. Und in Wild Style sieht man ihn in seiner Küche stehen, neben zwei Turntables und einem Mischer. Das gibt's doch nicht. Das Zeug hat er sogar in der Küche stehen. Total krass drauf, der Typ. Grandmaster Flash ist unsere absolute Referenz. Großreferenz. The Grandmaster Flash! Flash, 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 Flash! Es ist, als hätte Gott zu mir gesagt, du bist der Auserwählte. Du wirst deine Jugend opfern, um das Mixen zu lernen. Drei Jahre habe ich gebraucht, bis ich saubere Übergänge zwischen Rock, Jazz, Blues und Funkscheiben hinbekam, mit perfekt synchronisierten Beats. Dann stiefelte ich eines Tages in den Park und war mir sicher, wenn ich nur die besten Parts aus jeder Scheibe spiele, bringe ich die Leute zum Ausrasten. Aber es kam ganz anders. Es herrschte Totenstille. Ich ging wieder nach Hause und heulte eine ganze Woche lang, weil ich nicht raffte, was schiefgelaufen war. Da Grandmaster Flash als Kind seine Zeit damit verbringt, Radios und Haartrockner auseinanderzunehmen, schickt ihn seine Mutter auf eine Schule für E-Technik. Aber sein wahres Klassenzimmer ist die Straße, wo sich die schwarzen und puertorikanischen Gangs dank der Hip-Hop-Kultur nicht mehr mit Waffen, sondern beim Tanzen, Graffiti, Sprayen und Rappen messen. Ich bin der K. Kev. 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 Und bin kein Fask. Du qwur זה ahai wach applicat sowas. 22 Meter Haare ... I bin der D, Dad a Rock Revs on this here Court, bin 9 Jahre alt, playing in this here Sport ... Pro Krusж ... AD, what's high degree? I got a reddights jumpshot than.. Rick Barry. Well, I'm the M. Pastor Rob. Like all the pretty girls, I serve your monkey Ass Wie Earl the Pearl. Pro Krusse. Grandmaster Kass, oder GMC, I Lie numer queues motor man, Rosen gotta sakilliert. Mankst u sie eracht? Guck, Guck Be closer ihr siehst? Grandmaster Flash seine Block-Partys, Sets auf offener Straße, auf denen sich die angehenden Größen des Hip-Hop tummeln. Die Musik von Afrika Bambaata schaffte es, Leute, die mit negativer Energie geladen waren, zu Musik zu bekehren. Tanzen ist das beste Ventil für übersprudelnde Aggressivität. So bekamen eine ganze Menge sehr negativer Menschen wieder eine positive Einstellung, dank der Musik. 1977 stößt Grandmaster Flash zu den Furious Five, einer Crew von Tänzern und MCs. Zwei Jahre später werden sie von Sugarhill Records gesigned, einem der ersten Rap-Labels. Dort erscheint ihr erster Hit Freedom. 1982 kommt The Message in die Regale. Der Song über das Leben im Ghetto wird zum weltweiten Abräumer, stammt aber nicht aus der Feder von Grandmaster Flash. Die Urheberrechte gehen an Melly Mel von den Furious Five. Alles passt. Der Groove, die Lyrics und vor allem der Look. Die Musik von Afrika Bambaata. 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 Die Message war überall Nummer eins, hat dir aber keinen Cent gebracht. Wie bist du damit klargekommen? Nächste Frage. Aber es war dein größter Hit? Nächste Frage. Okay. Okay. So etwas härtet einen doch bestimmt ab. Nächste Frage. 20 Jahre später steht Grandmaster Flash immer noch an den Turntables, ohne Anzeichen von Licht. Die Medien hatten damals behauptet, dass diese ganze Hitze in den Turntables sind. Wir sind jetzt die meistgehörte Mucke dieses Planeten. Ha, ha, ha. Und was sagt ihr jetzt? Nächste Frage. Julia hatte allen Grund, down zu sein. Sie hatte Eve wiedergefunden. Zumindest, was von ihm übrig war. Der furchtlose Reporter war seit Wochen in unserem Gemüsegarten verschollen. Das letzte, was wir von ihm wissen, ist, dass er den Regisseur von Cannibal Holocaust treffen wollte. Neben seinen Überresten fand Julia Yves letzten Willen. Grausame Enthüllungen über den Erfinder des gefakten Dokumentarfilms, Ruggiero Deodato. Jetzt in unserer Rubrik Wischen. Ja! 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 Ja!